Die Piratenpartei wird natürlich zu allen wichtigen politischen Themen auch Antworten geben, das ist ganz klar. Wir sind auch gerade heftig dabei, das zu erarbeiten. Es gibt ganz viele Arbeitsgruppen. Bei uns im Wiki kann man diese ganzen Diskussionen nachlesen. Es gibt schon Arbeitsgruppen zu Themen wie Steuerpolitik, zu soziale Sicherung, Energiepolitik, Gesundheit, Bildung. Das ist sogar jetzt schon im Parteiprogramm offiziell drin. Wir haben eine ganz einfache Regel. Wir sagen nur zu den Themen etwas, wo wir uns auch wirklich auskennen. Wir sind eine relativ junge Partei. Das Gute ist, wir haben im Moment einen Riesenzustrom von Leuten, auch von klugen Leuten, auch von Experten. Auch von Leuten, die sich eben mit Wirtschaftspolitik, mit all diesen Themen auskennen. Und wir werden dazu auch sehr bald Antworten geben können. Und die Regel, die wir uns aufgestellt haben, ist die, wenn wir in der Regierung sind, werden wir uns keineswegs enthalten. Sondern wir werden zu den Themen, wo wir einfach noch keine Position haben, werden wir mit dem Koalitionspartner stimmen. Unter der Voraus ist natürlich, dass der Koalitionspartner bei den Themen, die uns halt sehr wichtig sind, mit uns stimmt. Das ist der Deal.